Ja, hi, hier ist der Olli von Session Music in Frankfurt und es ist mal wieder so weit. Ich möchte euch auf jeden Fall herzlich einladen zur nächsten Roadshow hier in Frankfurt. Ich war ja schon in Waldorf und auch in Osnabrück und diesmal die nächste Roadshow findet hier in Frankfurt statt. Und daher komme ich ja auch. Ich bin sowieso hier in Frankfurt, deswegen freue ich mich ganz besonders drauf. Denn ich habe natürlich meine 20 liebsten Gitarren wieder dabei, unter anderem auch diese geile Sur Tiger Stripe und natürlich noch sehr, sehr viele andere Gitarren. Denn hier in Frankfurt ist der größte Custom Shop Raum, den ihr euch nur vorstellen könnt. Alles ist hier vertreten und ihr könnt alles anzocken, was ihr wollt. Ihr könnt mir auch eure eigene Gitarre mitbringen, da schaue ich drüber. Wir können einfach über Sounds philosophieren, über Gitarristen philosophieren, über Kochrezepte philosophieren. Das ist mir ganz egal. Einfach Rock'n'Roll und darauf freue ich mich ganz besonders. Nicht vergessen, 14. bis 23. Februar hier in Frankfurt.